Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Man merkt ja immer daran, dass ein Film ein Leidenschaftsprojekt ist, wenn der Name des Regisseurs oder der Regisseurin im Titel mit drin ist, so wie bei Guillermo del Toro's Pinocchio, der seit dem 9. Dezember exklusiv bei Netflix zu sehen ist. Er hatte davor ein kleines Gasspielen in den Kinos, aber sei mir ehrlich, die meisten werden ihn deutlich gesehen haben, so auch wir nicht. Wenn ich wir sage, meine ich damit eigentlich den Paul und mich. Hallo, Paul. Hallo, du. Warst du gespannt auf Guillermo del Toro's Pinocchio, den ich der Einfachheit halber jetzt einfach noch Pinocchio nennen werde? Es war ja dieses Jahr, konnte man das ja schon sehr gut beobachten, wie irgendwie jeden zweiten Monat ein neuer Pinocchio irgendwo reinkam. Ich habe von denen, die dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr kamen, der mit von Benini, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls auf den hier war ich mit Abstand, glaube ich, am meisten gespannt. Ja, auch aufgrund des Namens, der dahinter steckt. Ja, geht mir ähnlich. Und meine Erwartungshaltungen vergrößerten sich auch noch mal enorm, als ich dann vor ein paar Wochen die Disney-Neuverfilmung von Pinocchio gesehen habe, der ja nicht so gut ankam. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast. Okay, dann können wir es gleich ganz kurz und knapp machen. Das ist der beste Pinocchio-Film des Jahres 2022. Ich glaube, das können wir sagen. Ja, ich denke auch. Teleschamtisch, hier erfahrt ihr es zuerst. Jetzt ist der Film aber jetzt nicht nur besonders, sage ich mal, wegen Guillermo del Toro, der hier die Regie geführt hat, zusammen mit einem gewissen Herren namens Marc Gustafsson, sondern halt eben, weil es eine Zusammenarbeit ist zwischen del Toro, Netflix und den Jim Henson-Puppenexperten. Und es ist ein Stop-Motion-Animationsfilm. Wie stehst du denn zu Stop-Motion? Ja, immer großer Fan vor allen Dingen, weil ich finde, dass man mit Stop-Motion noch viel mehr Wert auf Details legen beziehungsweise die Details noch immer schöner in den Vordergrund treten können. Und ich finde, das sieht man hier auch sehr, sehr doll. Ich habe viele Bilder oder das Figurendesign oder so, das Design von verschiedenen Wesen von, vielleicht wenn es dann auch so ein bisschen märchenhafter wird, das hat mir sehr gut gefallen hier. Ja, geht mir ähnlich. Was ich auch schön finde, ist das Design. Es ist nicht so auf süß und knuffig ausgelegt. Es gibt viele Figuren, die sind, ich mache jetzt mal hier wieder so Air-Quotes, hässlich, also der Erzähler, dieser Sebastian-J.Grille, originalgesprochen, was? Der ist doch nicht hässlich. Ja, aber vergleich das mal mit so der Grille aus dem Trickfilm oder so. Ja, im Vergleich, aber ich fand ihn schon sehr, also natürlich, er war jetzt nicht so glatt gebügelt oder so. Ja. Was ich da, Entschuldigung, dass ich dir da jetzt reingrätsche, aber so dieses, dass die alle so ihre Falten haben oder die ihre so Risse oder das ist so ein bisschen schmutzig oder so dreckig, so ein bisschen. Ich meinte, das hässlich auch nicht im negativen Sinne. Ach so, ich wollte schon sagen, ich fand den nämlich sehr höchisch. Das hat mir auch gut gefallen. Also, nein, 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 verstehe mich nicht falsch. Also, das Design ist, ich würde es schon irgendwie als, es ist halt nicht so, es folgt keinem Schönheitsideal. Ja, okay. Um es mal so auszudrücken. Ich finde es zum Beispiel auch ganz, ganz toll, dass Pinocchio hinten einfach so mehrere schiefe Nägel drin hängen hat, dass du siehst einmal, aus welchem Material er ist, es ist alles nicht so glatt poliert. Ich glaube, dass das also schon beabsichtigt ist, dass das alles auch so ein bisschen schmutzig wirkt. Es wirkt alles so ein bisschen angegammelt und verbraucht, aber das ist eine sehr schöne Designentscheidung, wie ich finde, weil sie wirkt durchaus frisch. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht so auf penetrant, auf lieb und knuffig ausgelegt, was auch sehr gut, wie ich finde, zu dem Film an sich passt, denn er hat mich stellenweise durch seine durchaus politische Aussagen auch an Del Toros Pans Labyrinth erinnert. Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja hier ganz viele so bekannte Motive oder Motive, die man eben zum Beispiel aus Pans Labyrinth kennt, mit hier eingeflochten, indem er eben diesen Handlungsspielraum da zu Zeiten des italienischen Faschismus ein bisschen verfrachtet sozusagen. Und das spiegelt sich, also das, was du gesagt hast mit den Figuren, das spiegelt sich ja jetzt auch nicht nur in diesen Fabelwesen, in diesen Tieren oder in diesen Geistern oder auch in Pinocchio selber wieder, sondern auch in den menschlichen Figuren oder halt nicht so menschlichen Figuren, in den Faschisten da, die ja fast doch also Karikaturen sind oder wirklich finster, wirklich böse dargestellt sind oder auch in Geppetto, der, dem man wirklich das Alter richtig, richtig ansieht. Durchaus, ja. Was ich auch ganz interessant finde, so rückblickend, also wir beide haben den Film quasi vor ein paar Minuten erst beendet. Ich hatte alleine halt so durch die letzten paar Minuten auf das Gefühl, es ist auch ein untypischer Film, weil er ja auch so die Thematik des Sterbens sehr klar behandelt. Und er ist ja stellenweise auch sehr düster und teilweise schwingt er bei allem Optimismus auch immer wieder so eine leicht pessimistische Note mit rein. Und er ist, also das kann man gleich wirklich auch sagen, man sollte ihn nicht mit den ganz kleinen gucken. Ich glaube, die finden ihn ein bisschen arg gruselig. Ja, auf jeden Fall. Da stecken ja ganz viele Themen drin. Wir haben es gerade angesprochen, eben dieser aufkeimende Nationalismus, dieser Faschismus, aber auch diese wirklich Kriegsversessenheit, die hier wirklich sehr eindrücklich oder sehr, also ja, die bekommt man hier richtig zu spüren von verschiedenen Figuren, aber auch dieser Stolz, dieser seltsame Stolz, der da dahinter steckt, aber auch dann so Coming-of-Age-Themen in Form von Pinocchio oder so, diese Gegenüberstellung von Geppetto, der seinen Sohn verloren hat und jetzt in Pinocchio seinen neuen oder einen neuen Sohn, einen Ersatz oder so gefunden hat, dann aber auch die Entwicklung von Pinocchio an sich, dann das, was du gesagt hast mit diesem Leben und Sterben oder mit dieser Unverwundbarkeit beziehungsweise eben die Möglichkeit, dass Pinocchio immer wieder zurück ins Leben geholt werden kann oder so. und all das verfließt zu einer Geschichte, wo ich auch sagen würde, das ist nicht unbedingt was für das jüngste Publikum und vor allen Dingen ist es auch was für Erwachsene auf jeden Fall. Ja, also ich war auch, also ich hatte damit schon gerechnet, dass der Toros Pinocchio eher ein Film ist, der nicht für die ganz Kleinen geeignet ist, aber ich war dann doch überrascht, wie wirklich düster der ist und dass der sehr deutlich, für mich zumindest, auf eine etwas ältere Zielgruppe hinaus ist. Und wie gut sich da diese Motive, diese Pinocchio-Geschichte oder so, das mit dem Lügen oder so, das mit dem, dieses Anderssein von ihm, wie das da eben in diese Zeit eingebettet ist, wie man ihn da zum Beispiel, wie die Faschisten ihn dann, ihn dafür, oder seine Art und Weise dafür missbrauchen wollen, da er eben unverwundbar oder da er eben so viele Leben wie möglich hat, so, wie sie das gleich missbrauchen wollen, indem sie ihn, ja, das ist eigentlich schon eine gute Kriegswaffe, also wie sich das dann da auch einfügt und dann aber auch darüber hinaus irgendwas zu erzählen hat, fand ich auch gut. Ja. Hast du ihn in der deutschen Fassung oder in der englischen Fassung gesehen? Ich habe ihn bis zur Hälfte in der deutschen Fassung geschaut und dann habe ich auf Englisch umgeschalten, aber nicht, weil ich die Deutsche jetzt schlecht fand oder so, sondern ich wollte einfach mal noch schauen, wie es im Englischen wirkt und ich habe es schlichtweg am Anfang vergessen, aber dann der Voice-Cast alleine ist ja auch schon sehr namensstark, deswegen wollte ich dann einfach mal schauen, wie es denn im Original dann noch wirkt und den fand ich, ah, den fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, also bei mir war es genau andersrum. Ich habe ihn auch in der einen Hälfte so, in der anderen Hälfte so geschaut. Finde, die deutsche Synchro ist, ja, die englische ist schon besser. Trotz allem, finde ich, ist der Film gut synchronisiert worden und du hast es schon gesagt, also da haben wir ja David Bradley, wir haben Byrne Gorman, wir haben Tilda Swinton, wir haben Cate Blanchett, wir haben Christoph Weils, ganz, ganz viele tolle Stimmen, die auch hervorragend besetzt sind, teilweise auch in mehreren Rollen, natürlich Hugh McGregor als Grille, die irgendwie schon meine Lieblingsfigur ist, weil ich es total faszinierend fand, wie er gestikuliert mit seinen ganzen Armen. Das ist übrigens auch eine Sache, da gehen sie ein, es gibt auf Netflix so eine 30-minütige Dokumentation über den Film, die kann man sich gerne noch angucken nach dem Film. Das ist wirklich sehr interessant, wie der Film entstanden ist. Das war wirklich eine mordsmäßige Arbeit und allen Leuten, die auch nur annähern, was mit Animationsfilm oder Stop-Motion in Besonderem anfangen können, sollten da wirklich mal einen Blick reinwerfen. Das war wirklich sehr interessant. Also ich habe Hochachtung davor, sowas auf die Beine zu stellen. Es gibt allerdings auch einen Punkt, bei dem ich sagen muss, da hat der Film mich nicht bekommen. Die haben gesungen zwischendurch, liegt es daran? Pass auf, es geht nicht darum, dass sie gesungen haben, das wäre okay gewesen. Ich fand die Songs, aber das geht nicht gut. Ja, also ich kann das teilweise verstehen. Also ich fand die Lieder jetzt auch nicht so eingehend oder ich sage jetzt nur, ich bin da nicht singend oder mir sind die Lieder oder Texte auch nicht wirklich irgendwie angehaftet geblieben. Mich haben sie tatsächlich aber auch nicht gestört. Also sie haben sich irgendwie eingefügt. Ich glaube, es hätte auch fast ohne funktioniert. Dann wäre der vielleicht noch ein Stück kürzer gewesen, was ich auch nicht so schlecht. Ich fand in der Mitte hat er sich ein kleines bisschen gezogen, nicht viel, aber ich finde, da spürt man die Laufzeit schon. Ja, aber ich kann vielleicht nachvollziehen, wo da so vielleicht ein kleines Störfaktor liegt. Ja, also tatsächlich, allein schon der erste Song, da war ich halt irgendwie schon raus. Ich war überrascht. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass gesungen wird. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und wer es nicht weiß, ich bin nicht der größte Musical-Fan. Es hat mich aber nicht so sehr gestört, dass sie singen. Es ging halt mehr nur, was sie gesungen haben. Ich fand die Songs irgendwie, die passten für mich da nicht rein. Das waren so teilweise Songs, so diese Regel Show Don't Tell, haben die nicht befolgt. Also du siehst etwas und dann wird halt gesungen, was du da siehst. Und ich dachte mir so, ja, das brauche ich jetzt aber nicht. Der Del Toro hat auch bei den Musikstücken mitkomponiert oder zumindest die Texte mitgeschrieben. Und ich glaube, ein musikalischer Lyriker ist Del Toro einfach nicht. Das ist, also von den Texten her, finde ich das sehr, sehr, sehr platt. Und das hätte der Film gar nicht gebraucht. Also die Songs an sich hätte er nicht gebraucht, aber dass es die gibt, okay, aber die Qualität der Songs ist dann eher mein Problem. Ja. Ansonsten, finde ich es schade, den nicht im Kino geguckt zu haben. Ich glaube, im Kino käme der sehr schön. Weil der hat wirklich ganz, ganz famose Bilder. Ja, der hat tolle, also jedes mit, wen spricht Hilders Winden? Wie wird das genau genannt? Ist es eine Todesgöttin oder ist es irgend dieses Wesen da? Was war das für ein Tier? Dieses bläulich schimmernde Göttin. Also sie spricht ja den Geist, den Spirit. Ja, oder genau so. Und am Ende halt diesen Tod. Ja, genau. Und also die Präsenz von diesem Wesen oder wenn das zum ersten Mal auftaucht oder auch dann später, das ist so schön. Also allgemein diese Atmosphäre, dieses leicht Märchenhafte, dann aber auch nicht so kitschig Märchenhafte oder so Traumhafte, sondern dann... Es hatte was Mythologisches, fand ich. Genau. Und da halt einfach immer dieses... Also es behält sich immer so eine Düsternis. Weißt du, es ist nie so Zuckerwatte-Märchen oder so. Ja, was ja auch am Ende wieder deutlich rauskommt. Also wo andere Pinocchio-Filme ja einfach damit enden, dass er, sag ich mal, ein richtiger Junge wird, ist es ja bei Del Toro ja anders. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Romanvorlage ist. Die gibt es ja aber mittlerweile, glaube ich, auch schon seit über 100 Jahren. Es gibt ja auch unzählige Pinocchio-Filme. Aber jetzt dieser Pinocchio ist, glaube ich, der allererste, der nicht dieses Ende hat, von wegen, er wird zu einem echten Jungen. Kann sein. Und das fand ich auch ganz schön und ich würde es sogar teilweise als mutig bezeichnen, weil so, also, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe das schon so als Happy End gewährt trotz allem entlässt einen der Film eher mit einem sehr traurigen Gefühl. Ja, weil er noch, also er geht jetzt nicht noch sonst wie lang hinten raus, aber er geht dann doch noch ein Stück länger als jetzt in Anführungszeichen eine normale Pinocchio-Verfilmung, ja. Also der zeigt dann noch, ja, einfach wie es weitergeht, auch vom Erzähler. Also da war ich auch schon, das hat schon berührt auch von der Erzähler und überhaupt, der Erzähler hätte ich erst gar nicht, war am Anfang, okay, brauchst du einen Erzähler, aber ich fand diese Rolle, diese Grille dann doch auch wirklich wie du sehr passend hier. Ja, dann würde ich sagen, also hast du noch was? Ansonsten könnten wir, glaube ich, ein Fazit noch abgeben und uns dann trennen. Ja. Och, ja, also ich kann eigentlich auch schon nur als mein kleines Fazit fällen, das ist auf jeden Fall eine der Animationsfirme, die man sich dieses Jahr auf jeden Fall mal anschauen kann, der zählt da in die Kategorie der guten bis sehr guten Vertreter aus diesem Genre und mir, wie gesagt, hat er von den Pinocchio-Verfilmungen, die ich bisher gesehen habe, auch, ja, doch mit am besten gefallen. Ja. Eines der besten Animationsfilme des Jahres, die ich gesehen habe, oder sagen wir es mal so, ist das eine Hollywood-Produktion? Also wenn es eine Hollywood-Produktion wirklich ist, das kann ich jetzt nicht ausmachen, dann ist es vermutlich der beste an dem Animationsfilm des Jahres eines Hollywood-Studios, wobei ich jetzt auch mit der geschriebenen Charta 2 wirklich viel, viel Spaß hatte, aber dieses Jahr war meines Erachtens nicht so voll gefüllt mit empfehlenswerten Animationsfilmen. Es ist jetzt schön, dass es jetzt Ende des Jahres ist, so müssen dann noch zwei Highlights kommen. Wie gesagt, das Gesinge hat mich nicht, hat mich gestört, nicht weil es gesungen wird, sondern einfach, weil ich die Songs qualitativ nicht gut fand, die auch, wie du schon gesagt hast, den Film auch so ein bisschen zerdehnen. Ansonsten visuell ist der toll, erzählerisch ist der toll, der ist schön emotional, der ist schön düster, wie gesagt, nichts für die ganz Kleinen und könnte mir vorstellen, dass Netflix hier einen potenziellen Oscar-Kandidaten hat, zumindest als für die Nominierungsliste im Bereich Animation. Das auf jeden Fall. Und sollte er gewinnen, würde ich mich nicht beschweren. Ich mich, na, kommt auf die Nominierten. Wobei, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dieses Jahr in Sachen Animationsfilm, hm, war manchmal ein bisschen, ein bisschen flauter, da zählt er auf jeden Fall in die obere Liga. Nächstes Jahr kommt auch bei der zweite Paw Patrol, der wird uns alle retten. Okay. Gut, dann Paul, vielen Dank für deine Expertise und Meinung, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören, und denkt dran, Tele-Stammtisch kriegt ihr überall auf die Ohren, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine eigene Webseite, www.tele-Stammtisch.de, da kriegt ihr auch alle unsere Folgen und ein paar Informationen zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir uns, wenn ihr uns positiv bewertet, bei Spotify heißt das Zeug, oder anderen Podcaster-Plattformen. Warum? Weil wir es verdient haben. Und ich verbleibe mit besten Wünschen, viel Spaß bei Netflix, bei Pinocchio oder was auch immer ihr gucken wollt. Ich sage Tschüss und Paul, dir gebe ich das letzte Wort. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.